Und springen. Jawohl. Sauber. Das war gut. Was ein Stress. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh, jetzt kommt er hier raus. Die Frage ist, was tut er jetzt? Oh nein, dann macht er wieder diesen... Oh, scheiße. Druckwellen. Weg hier. So weit wie möglich weg. Um Zeit zu gewinnen. Jepa. Juhu. Jawohl. Bilderbuch, sag ich nur. So, komm jetzt. Aber jetzt wollen wir das ins Gesicht schleudern hier. Lass dich töten. Jetzt hab ich ein schönes Auto weggeschmissen, Mensch. Hätte ich brauchen können. Egal, wir haben noch Munition en masse. Oh. Munition en masse, komm schon. Jawohl, jetzt schieß. Bam. Und. Bam, jawohl. Jetzt hab ich dich gleich. Ich hab dich gleich. Ach, jetzt macht wieder Druckwellen. Scheiße, wann fällt mir der mal wieder hin? Oh nein. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Oh. Oh Gott. Vier. Okay, okay. Aber ich überlebe es immer wieder. Oh krass. Das war, glaube ich, jetzt heftig lucky. Okay. Das hätte ich eigentlich nicht überlebt. Vier Stück. Oh. Supply. Okay. Äh, Heiker. Will ich nicht. Will ich nicht. Wo ist er? Da ist er. Jetzt aber komm. Der finale Schlag. Er muss jetzt kommen. Oh, jetzt macht er wieder den. Da ist er leider nicht verwundbar. Oh, doch. Oder doch. Okay. Dann hab ich das wohl verpasst. Die ganze Zeit. Oh Gott. Scheiße. Der Letzte hat mich wieder erwischt. Komm schon. Ach shit. Er hat nicht mehr viel. Komm schon jetzt noch einmal. Dann krieg ich ihn. Dann hab ich ihn. Wo ist er denn? Oh. Alles klar. Komm schon. Komm schon. Oh, das dauert zu lang. Es dauert too long. Oh fuck. Das war knapp, man. Scheiße. Der Ring of Fire ist wieder. Ah okay. Passt schon. Das passt schon. Komm schon. Komm schon. Stirb. Ich geb alles mit den letzten Schüssen. Ah, Mist. Ich würde ihn gerne mit einem Todesspuk von oben dann auch finishen. Oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Passt. Passt schon. Passt schon. Komm schon. Oh, was macht er jetzt? Oh, er fällt einfach... Oh. Fuck. Er fällt auf mich drauf. Okay, wir müssen uns recht sein. Ich greife zu. Hui. Was war das denn? Und jetzt kommt er hinüber. Wuhu. Ja. Warzen. Da hab ich ihn, oder? Ja. Komm schon, big boy. Oh, da ist er. Ist das alles, was du hast? Ja, Mann. Geil, umart. Juhu. Gefinished. Aufgabe bestanden. Noch mehr Supply. Oh, das hakelt, äh. Joe. Es ist vorbei. Was zur Hölle war das Ding? Oh, da ist es. Der Mann muss es benutzen, um ihre Tunnel zu graben. Ja. Um ihre Tunnel zu graben. Der Mohole. Schauen wir uns das Viech mal genauer an jetzt, wo es hier mal endlich still hält. Kranke Scheiße. Ascension Stadium. Mensch, das schöne Stadion. Im Arsch. Oha. Oh, da ist es. Le Eye. Stirb ohne. Der gelbe Tod ist auch da. Was, ein Riesenhaufen Schrott, ey. Ich frag mich, wer das Ding bedient. War das jetzt Fernsteuerung, oder war das, sitzt da noch einer drin, oder saß da einer drin? Fände ich mal interessant, kann ich hier durch? Nein. Nicht. Das war also der Mohole. Und er hält jetzt sein Mohole. So. Okay. Oh, hier ist noch irgendwie unter den Schuppen. Was zu erkennen? Nein. Okay. Na gut. Äh, wunderschön. Dann können wir jetzt weitermachen. Ist hier noch was Interessantes? Heike, ja wohl. 600 Schuss. Dann werden wir jetzt, haben wir jetzt wohl Zugang zu diesem roten, äh, zu dieser roten Ringtür. Mal etwas schnell vorangleiten hier. Okay. Geilo, Mann. Dann verabschieden wir uns von diesem wunderschönen Parkplatz am Stadion und, äh, gehen in den nächsten Bereich. Access, granted. Episch öffnet sich die Tür. Und mindestens genauso episch schreiten wir durch diese hindurch jetzt. Auf dass wir im nächsten Bereich weitere Action erleben. Bis gleich. So, hier sind wir in der Ladezeit und wir warten gespannt darauf, dass es weitergeht. Und hier geht es auch schon weiter. Oh, ein Tunnel. Abwechslung. Okay. Da vorne sind fiese Penner, die uns ans Leder wollen. Ich werfe ihnen mal ein Geschenk zu. Zur Begrüßung. Jawoll. Uh. Ich bin jetzt weggehauen. Okay. Oh, dann machen wir mal loslegen hier. Spielzeug einfach nicht unter die Luft und... Ah, scheiße. Voll gegen die Wand gehauen. Ganz schlecht. Komm schon. Oh, wo ist das denn? Nein, verdammt. Okay. Irgendwie komme ich gerade nicht zurecht mit der... Jetzt, jawoll. Die habe ich erwischt. So. Komm du mal her, du... Batzer. Shit, der ist noch nicht tot. Okay. Jetzt. Komm schon. Hoch mit dir. Ach, ich habe keine Waffe... Oh, scheiße. Ich habe keine Mutti mehr. Ich habe gar keine, äh... Munizungen der Waffe. Das ist natürlich Gift für einen stylischen Tod. Komm schon. Nämlich eben die Waffe. Hoch mit dir. Und zacka. Ja. Und da schieße ich ihn in die Luft, hey. Wahnsinn. Okay. Kommt her, ihr. Banausen. Oh. Nicht abhauen. Schön hier bleiben. Ja, Mann. Oh. Oh. Weg. Weg mit dir. Genau. Ist das. So. Da vorne brennt es schon wieder, hey. Feuer in Tunnels ist immer ganz schlecht. Wegen dem giftigen Rauch, der sich da bildet und der nicht abziehen kann, wenn es kein guter, gut gelüfteter Tunnel ist. Ja, das ist schlecht. Oh Gott, hier ist ja alles voller Rauch. Oh Gott, das ist ja kaum noch was. Das ist hier bloß das Geglänze von den anderen Gegenständen hier. Wahnsinn. Aber gerade bei dem dunklen Rauch müsste dann die Symbole besser zu sehen sein. Aber, ne, hier ist keines. Da ist nichts. Schild. Schreiten wir mal weiter voran hier. Oh. Noch ein Schild. Oh, ich höre schon wieder. Oh Gott, da vorne kommt eine ganze Armee. Wahnsinn. Aber jetzt, komm. Schmeiß es. Jatza. Jawohl. Wuh. Sehr schön. Da macht das grüne Auto alle platt. Komm schon. Zack. Ja. Aua. Kommen die von links auch noch? Geh mir von der Pelle. Oh Mann. Oh fuck, oh fuck. Oh, nicht gut, nicht gut. Feuer, oh Gott, Feuer. Nein. Oh, scheiße. Na gut, dann eben nochmal. Fuck, das war jetzt natürlich schlecht. Dann gehe ich die Sache eben nochmal an hier. Ja, es ist Spencer. Und ich werde euch jetzt den Arsch aufreißen. Mit diesem Polizeiauto. Komm schon. Oh fuck. Das war so klar. Warum musst du auch immer so weit ausfohlen? Kann ich mit Schwung irgendwie so eine kurze... Ja. Guck mal, es geht doch. Ich muss doch das Auto nicht immer so weit ausfohlen mit dem Auto. Jatza, komm. Ja, oh boy. So, nicht anders, verdammt. Das war schön. Es war voll von Schönheit. So. Wir machen mal die Granaten hier noch mit. Oh Gott. Fuck him up. Ein Geschenk. Bam. Jawoll. Es ist leider immer so, dass wenn man stirbt, dass dann die ganzen Erfolge und Symbole auch wieder verloren gehen. Deshalb sind wir nichts mit der Aufgabe bestanden, obwohl ich die vorhin auch schon bestanden habe. Aber es wird alles wieder auf null gesetzt, wenn man stirbt. Oh. Da steht ja auch einer. Fuck it. Oh. Nein. Wieso kommen die immer von hinten hin? Ich verstecke mich mal im dichten Rauch hier. Nehme mal mein Maschinengewehrchen. Und dann... Mache ich mal auf Rambo. Oh. Jappa. Wunderschön. Stirb. Oh Gott, was ist eine Sauerei. Da haben wir ganz schöne Sauerei in der Decke gemacht. Okay, okay. Weiter geht's. So, hier war nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Wey. Nice Abgang. Okay, okay. Kommt her, kommt her. Ich hab ein Geschenk für euch. Bam. Jawoll. Bowling. Nice. Oh. Das nächste Auto kommt schon. Jetzt holt er wieder aus. Ah. Da fahrt es ihn aber auch heftig Schwung. Oh fuck. Wie viel Sinn das denn? Oh. Ganz schlecht. Jawoll. Peitschen. So, lass ich mir das gefallen. So. Komm du mir her, du. Oh, der hat auch Maschine weg. Scheiße. Scheiße. Nicht gut. Jetzt hat er kommt. Oh. Ist doch alles machbar. Oh fuck. Mann. Warum übersehe ich die immer? Schleichen die sich hier rum? Oder spawnen die einfach so? Das ist ja. Wahnsinn. Jetzt hau ich die aufs Maul. Oh fuck. Aber erst haut er mir aufs Maul, was ja gar nicht gut ist. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade diesen fetten Kampf mit dem Maul hinter mir. Jetzt muss ich hier schon wieder durch den Tunnel hier kämpfen. Oh, was ist das denn? Stützt das Ding das Auto oder was? Tatsache. Lustig. Oh Gott, ich lege alles von den Autos. Werde ich jetzt noch brauchen? So. Oh Gott. Durch die giftigen Gaswolken hier. Äh, Rauchwolken. Ah, guck hier. Ah. Hello, hello. Oh, da vorne ist ein Mechanoid. Und noch jede Menge Fleischgegner. Yo. Weg ist er. Ich balle euch alle nieder. Ich mache es mal ein Shooter aus Bionic-Kommando. So. Ball. Ich zwinge mich. Oh. Hallo. Bam. Ja, springt er mir fast schon ins Gesicht hin. Das gefällt mir ja gar nicht. Diese engen Tunnel machen hier Klaustrophobie bei mir. Das ist gar nicht gut. Ich glaube nämlich schon, dass Spencer ein bisschen klaustrophobisch ist. So wie er durch die Gegend schwingt und fliegt. Hallo. Und tschüss. Bam. Oh, guck mal. Ich hänge. Ich bin in der Decke gehangen. Ich hing in der Decke. Sollen wir uns jetzt mal um diesen, äh, um diesen Roboter da vorne kümmern. Hallo. Jawohl. Getroffen. Geil. Haha. Das war ein, äh, Blightfro. Nicht schlecht. Oh, ist das einer mit einer riesen Knarre? Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Und? Der schießt. Der drückt den Last auf mich hin. Komm mal her, du kleiner Kleinwagen. Ich brauch dich mal eben. Kann ich das hier irgendwie um die Ecke mosteln? Und aus ihm drauf. Auf mit dir. Und? Komm schon. Yo. Boah. Das ist aber volle Kanne in die Fratze. Oh, die Waffe. Scheiße. Wie nehme ich hier nochmal? Ich habe vergessen, wie ich sie nehme. Scheiße. Mist. Oh. Komm, 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 komm. Scheiße. Oh, fuck. Nimm die Waffe in die... Fuck. Jetzt hat er sie wieder. Oh, schnell weg. Ich stehe mit dem Boden und den Füßen weg. Jawohl. Ah, komm schon. Ja. Oh, voll. Puh. Das war jetzt ein bisschen Lack. Oh, das geht. Egal. Du bist auf jeden Fall weg hier, weil du unskilled bist. So. Wie war ich jetzt mit der Waffe hier? Die kann ich nochmal... Ah, ja. Ach so, mit dem Knopf. Alles klar. Na gut. Okay. Jetzt brauche ich sie ja nicht mehr. Deshalb lege ich sie wieder weg. Aber das ist erstmal schauen, dass ich ja... Kann da irgendwas noch kaputt machen? Ja, nein. Na gut, dann nicht. Dann drauf viel Schissen, sage ich mal. Gehen wir mal weiter hier. Was wartet denn hier noch auf uns? Oh, was geht ab? Oh, scheiße. Alles voll mit Gegnern. Bist du wahnsinnig. Okay, wollen wir mal... Die Leute auf mich näher... Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Ich will nicht sterben.